Was schätzen Sie denn am Marktleben, am Wochenmarktleben? Die Kommunikation mit den Menschen. Und wie ich immer so schön sage, dass der Unterschied, den es wirklich macht zum Marktleben im Vergleich zu anderen Veranstaltungen im Bereich Catering, ist einfach die Vielfalt der Menschen. Und so haben wir letztendlich von, ich sag jetzt mal, dem Mann, der hier einfach nur durchlauft oder durchjoggt und schnell noch einen Kaffee nimmt, bis hin zu ganz begeisterten Kaffeeliebhabern, die hierher kommen. Und alle verbindet sich die Liebe zum Kaffee. Ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Arten. Und ja, das genieße ich sehr. Herzlichen Dank. Vielen Dank.